die meiste maus fotografieren die noch mal wieder kommt ich glaube zwar nicht nix also hier können wir auch nicht weiter das ist ja wohl leid ich würde gerne wissen ob ich ihn hier unten irgendwie hast du noch ein foto ich brauche mehr beweise schon stellen sie den bericht fertig dann schicke ich ihnen den code zum beispiel der handelt hier immer noch vor wir brauchen folgende fotos schon den inhalt der schwarzen behälter einen alpha ohne helm die können wir in ausgabe 513 von iris veröffentlichen viel glück das ist irgendwie die kamera will gerade irgendwie nicht so wie ich will irgendwie zeit gefällt und wie krieg ich da jetzt ohne her dass er überhaupt der hand wird immer noch hier unten rum kann er sich jetzt nicht mal zeigen oder so ja also es sieht schlecht aus was geht denn hier Hau ab, du elender Frege! Jetzt haben sie das kleine dicke Schweinchen. Du bist doch viel zu weit weg, das kriegt man doch niemals hin. Ich weiß nicht, dass das da drüber geht. Ich darf durch die Tür gucken irgendwie, ich weiß ja auch nicht. Vielleicht kann man irgendwie einen Schalter oder sowas betätigen durch diesen Schlitz da oben. Jetzt schieb es doch nicht ganz darüber, das habe ich jetzt nicht. Ähm, für Jade. Oh, was ist das denn? Du hast die Großzügigkeit und den Mut deiner Eltern geerbt. Du weißt, ich denke oft an sie. Wir waren sehr gute Freunde. Vor 20 Jahren mussten wir uns trennen, da wir alle ernsthafte Probleme mit den Behörden hatten. Deine Eltern gaben dich in meine Obhut, um dein Leben zu retten. Vor 20 Jahren mussten wir uns trennen. Wir kamen nach Hillis. Damals war es ein friedlicher Planet. Ich hoffte, dich hier sicher aufziehen zu können. Aber der Krieg holte uns ein. Jetzt musst du etwas erfahren. Wenn ich es hierher geschafft habe, dann nur wegen dem Beluga, dem Raumschiff, das ich mit deinem Vater gebaut habe. Es existiert noch. Aber ich habe es noch nicht ganz repariert. Du findest den Check-Up-Bericht auf meinem Schreibtisch. Der Beluga ist bei uns zu Hause. Du musst einen Code in jede einzelne der Konsolen eingeben, um den Geheimraum zu öffnen. Ich kann auf dieser M-Disk nicht mehr darüber sagen. Aber ich hoffe, die Information wird dir helfen, wenn du den Beluga eines Tages brauchst. Egal was passiert, ich wünsche dir viel Glück, Jade. Kommt der jetzt auch auf den Mond? Wir werden sehen. Ich hoffe nicht. Prachtraum. Miss Hyris. Der Sektor ist voller Waren. Egal was sie tun, lassen sie sich nicht erwischen. Wir treffen uns später wieder. Okay. Okay. Das ist nur eine Ratte. Okay, das geht sowieso nur in eine Richtung. Das geht. diese komischen fliegen wieder da hinten ist einer von denen, kriegt man die denn bitte überhaupt außer Gefecht? war das jetzt alles hier? da kann man sich höchstens verstecken aber ansonsten Alarm! Alarm! Herr, bitte Erlaubniszone zu säubern, bestätigt Zone gesäubert Partner hat Probleme Deter Schrei, wie geil ist das denn? Kann man sich da drin verstecken? Also die werden wir los Ja, aber man braucht die noch ohne Helm Wir haben Eindringung in der Fabrik Haltet Ausschau nach Ihnen Mal an der Schuhe, die wir dran brauchen Äh, Moment mal, Moment mal Ist er noch da, oder? Mist, da sind gleich zwei Verladeaktion wird wie geplant fortgesetzt Geil von Sofortige Abflug zu den Schlagthäusern Anladen wir zurück Wir haben Eindringung im Gegendertarif Haltet Ausschau nach Ihnen Verladeaktion wird wie geplant fortgesetzt Geil von Sofortige Abflug zu den Schlagthäusern Partner hat Probleme Partner hat Probleme Wir haben Eindringung in der Fabrik Haltet Ausschau nach Ihnen Auuuuuuuuuuu Auuuuuuu 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 So einfach Das Problem ist der andere kann den anderen wieder Ähm Serperieren sozusagen Im Helfen Da kann man sich wieder verstecken Ist irgendwas drunter? Manchmal hätte ich schon die Manchmal hätte ich schon die Ah Ah Oh, ne, hier gibt's jetzt Oh, jetzt kommt zurück Falscher Alarm Also Rennen ist auch nicht gut Weil dann können wir direkt Komm mal aus für den Foto Aber Explodiert einfach Find ich gut Ist das er oder ist das Der Weg ist von Flammen blockiert Einfach durchgehen Einfach durchgehen Ich glaub jetzt haben wir 5